Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fouillet-Reihen. Heute glaube ich in Folge 30, 29, irgendwas um den Dreh rum. Ich bin immer noch leicht erkältet im Sinne von Post-Corona. Das heißt, wenn ich immer noch rumhustle, bitte um Entschuldigung. Wir kommen langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch zwei Abschnitte. Einmal die punktweise Konvergenz. Da haben wir uns am Anfang überlegt, dass das ein etwas schwierigeres Thema ist. Wir werden auch gleich so ein bisschen einsehen, warum wir da ein bisschen mehr elaborierte Theorie brauchen. Und dann wollen wir zum Schluss nochmal gucken, ob wir die Brücke schlagen, zurück zu den Grundlagen der Funktionalanalyses, die ja hier irgendwie mal vor ein paar Jahren liefen. Und wollen halt mal schauen, was können wir mit Fouillet reinmachen, Funktionalanalysen. Einen ganz kleinen Einblick wollen wir geben, weil dazu viel... Dass ihr die Windows-Sounds nicht hört, das war gerade sehr laut. Wenn man da zu viel quasi reingehen würde, dann wird das wieder einen eigenen Kurs ergeben. Und ich möchte es einfach konzise halten. Dementsprechend werden wir uns dann nur so ein paar Anwendungen angucken, die sich unmittelbar ergeben aus dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Insbesondere werden wir uns nicht anschauen, was eine Fouillet-Transformation ist. Das gucken wir uns dann wahrscheinlich übernächsten Kurs an, weil der nächste ist Hilbert-Raum-Theorie. Da habe ich mittlerweile alles schon auf der Webseite stehen. Also steht jetzt schon seit einem Monat auf der Webseite. Und wird lustig. Bin dabei. So, also was wir jetzt machen wollen, wir wollen die Konvergenz von Fouillet-Reihen untersuchen, ohne dass wir arithmetische Mittel bilden, weil wir haben ja bis jetzt die gleichmäßigen Aussagen nur ziehen können, indem wir die direkte Kerne gemittelt haben, das Ganze dann da mit den Fouillet-Reihen verheiratet haben und dann eben entsprechend einen Satz von Fouillet zeigen konnten und so weiter und so fort. So, wenn wir diese arithmetische Mittelung weglassen, dann ist das Ganze ein bisschen diffiziler. Und wir brauchen ein grundlegendes Lämmer, so eine Art Fundamentallämmer. Und zwar den, oder das Lämmer von Riemann-Lebeck. Mit dem fangen wir jetzt mal an. Und das ist der Satz 9.1. Das Ding heißt halt historisch Lämmer. Ich halte mich immer so ein bisschen an die historischen Bezeichnungen, die ich vor allem in Kaballo finde, weil der ganze Kurs orientiert sich ja auch so ein bisschen am Kaballo. Und ja, dementsprechend heißt es Satz 9.1 in der neuen Formulierung und historisch was das Lämmer von Riemann-Lebeck. So. Das befasst sich mit einer L1-Funktion und einem verschwindenden Integral. Also, wenn wir eine L1-Funktion haben auf AB, dann gilt, dass das Integral AB f von s e hoch minus i Lambda ist. Wenn wir den Betrag Lambda gegen unendlich schicken, dass dieses Integral dann im Grenzwert verschwindet. Das heißt, dieser Limes hier ist 0. Und das hier ist Formel 9.1. Ja, das ist im Wesentlichen die Aussage. Das heißt, L1-Funktionen reichen aus, um durch so ein e hoch minus i Lambda S-Term so weit gedämpft zu werden, dass sie, wenn das Lambda groß genug wird, beliebig klein werden. Das ist so die Aussage dahinter. Und das wollen wir jetzt beweisen. Und der Beweis erfolgt in zwei Schritten. Doch, es sind zwei. Es kann auch sein, dass es drei sind. Nein, es sind tatsächlich zwei. Einmal für eine Funktion in den Raum der Testfunktionen DAB und dann für beliebiges f in L1. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das dann aufeinander zurückführen können. So, also nehmen wir uns mal so eine Funktion f aus dem Raum der Testfunktionen über A, B. So, dann können wir partiell integrieren. Also wir gucken uns mal an. Das Integral von A bis B, f von S, e hoch minus i Lambda S, davon den Betrag dS. Und wir integrieren das partiell, indem wir f von S betrachten als U und indem wir es e hoch minus i Lambda S betrachten als V'. Das ist hier die einzig sinnvolle Wahl im Wesentlichen, weil von e hoch minus i Lambda S können wir sehr, sehr simpel eine Stammfunktion angeben und f von S können wir sehr, sehr leicht symbolisch ableiten durch F', weil es ja in DAB ist. Das heißt, partielle Integration. Dann kriegen wir raus den Betrag von. Und jetzt kommt so ein langer Term. Ja, einmal kommt U mal V, also f von S mal e hoch minus i Lambda S durch minus i Lambda ausgewertet von S gleich A bis B. Und dann das Ganze plus 1 durch i Lambda mal Integral von A bis B f' von S. Jetzt kommt also U' mal V, deswegen das i Lambda hier schon mal rausgezogen. e hoch minus i Lambda S. Und das Minus, was wir hier rausgezogen haben, verheiratet sich mit dem hier. Und dann haben wir dieses Integral hier hinten stehen. So, das Schöne ist, wenn ich jetzt hier vorne einsetze, dann setze ich ja in F vorne A und B ein, aber F ist ja in DAB, das heißt, es hat kompakten Träger in AB. Das heißt, F von A und F von B sind auf jeden Fall 0. Das heißt, das hier ist erst mal komplett 0, eben da F aus DAB ist. So, das heißt, was wirklich hier stehen bleibt, ist der Betrag des hinteren Integrals. Jetzt ist es aber so, 1 durch i Lambda ist natürlich im Betrag gerade 1 durch den Betrag von Lambda, weil i hat Betrag 1. So, und wenn ich jetzt hier dann gleich den Betrag quasi schon Integral ziehe, dann weiß ich, okay, hier guck mal, der Betrag von e hoch minus i Lambda S ist 1. Das heißt, das können wir gleich wegschätzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Abschätzung nach oben mache, kriegen wir raus, kleiner gleich. So, 1 durch Betrag Lambda. Jetzt ist es blöd, dass ich hier oben nicht unterschiedliche Farben benutzt habe. Das kriegen wir aber hoffentlich gekittet. So, 1 durch, ach so, die hätte ich vielleicht, ach komm, das geht schneller, wenn ich es einfach neu zeichne. Also, 1 durch i Lambda ist die Abschätzung, die wir da erhalten. Das ist noch nicht meine Abschätzung, das ist einfach gleich. Und dann ziehen wir das, den Betrag ins Integral. So, bleibt stehen. Integral Betrag f' von S mal die 1, die aus dem e hoch i Lambda S resultiert. So, und das hier, das Integral hier hinten, das ist ja die L1-Norm der Ableitung. Also, das ist die L1-Norm von f'. Das ist aber kleiner unendlich, weil wir ja wieder f in DAB haben. Da waren ja alle redig differenzierbaren Funktionen drin. Mein Gott. So, f in DAB. Dementsprechend ist das hier eine Konstante. Ja, das heißt, das hier kann ich, ja, abschätzen durch irgendeine Konstante c durch Betrag Lambda, mit c eben diese L1, da, ich schreibe es einfach mal hin. Das ist gleich f' L1AB durch den Betrag von Lambda. Ja, wenn aber jetzt Lambda im Betrag gegen unendlich geht, dann geht das gegen 0, weil das hier eine Konstante ist. Das bläht sich nicht auf. So, und dementsprechend sind wir für den Fall von Testfunktionen fertig. So, das heißt, wir müssen, also das war 1, so, das heißt, wir müssen das jetzt nur noch in Anführungsstrichen zeigen für irgendeine L1-Funktion. Und das machen wir ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen trickreich, aber das machen wir ein bisschen funktionalanalytischer, indem wir einen geeigneten Operator einführen. So, und zwar definieren wir einen Operator f' Lambda der so eine Funktion f abbildet auf das Integral, was uns interessiert. Also Integral AB f von s e hoch minus e Lambda s und zwar für eine Funktion f in L1AB. Also es ist im Wesentlichen ein Funktional auch von L1 in die reellen komplexen Zahlen, je nachdem, was da rauskommt. So. Dann können wir von dem Ding jetzt natürlich mal versuchen, die Operator-Norm auszurechnen. So, das ist nach Definition das Supremum über alle L1-Funktionen f, deren Norm kleiner gleich 1 ist, von f Lambda angewandt auf diese Funktion f. Ja, und hier schreibe ich tatsächlich mal die Operator-Norm wirklich als Norm ob, weil das, was hier hinten im Supremum steht, das ist jetzt ja wieder eine Norm auf R. Ja, also das ist nicht mehr die Operator-Norm, sondern die Norm, die wir auf R benutzt haben. Welche ist egal, weil auf R sind ja alle Normen äquivalent. So. Jetzt können wir hier für f Lambda f können wir dieses Integral einsetzen und dann die Norm nach innen ziehen. Und weil eben alle Normen äquivalent sind, benutzen wir hier an der Stelle einfach mal simplerweise den Betrag. und dann können wir das hier abschätzen durch kleiner gleich, Supremum, aller L1-Funktionen Norm kleiner 1, Integral a, b, Betrag f von s, ja, ds, weil das e hoch minus i Lambda s, was hier oben drin steht, das hat ja eben gar keine, das hat Norm 1. Ich merke gerade wieder, ich habe den Cursor nicht eingeblendet, oder? Habe ich? Doch, habe ich. Habe ich. Wunderbar, den sieht man nur schlecht, weil der, ähm, den Stift nicht als Maus erkennt. Schade eigentlich. Aber wenn ich mal etwas zeigen möchte, muss ich es mit der Maus machen. So, jetzt ist es aber so, wir supprimieren hier jetzt ja gerade die L1-Norm. So. Ne, das, was hier hinten drin steht, ist ja gerade die L1-Norm von f. Ja, da wissen wir, aber das ist auf jeden Fall kleiner gleich 1, denn, wir supprimieren ja nur über solche, die auch tatsächlich gerade kleiner gleich 1 haben. Normen, ne? So, das heißt, f Lambda ist ein stetiges Funktional auf dem Dualraum von L1-AB. So, dieses Funktional ist jetzt also stetig, ne, das heißt, wir können jetzt unseren Satz 5, 8 nehmen und sagen, ja, okay, wir wissen, dieser Raum D-AB ist ja dicht in L1. So, das heißt, oder, ich glaube, jetzt auch mal lapidar hin, Dichteschluss impliziert zusammen mit 1 dann die Behauptung. kann man sich kurz überlegen, warum müssen, haben wir denn dann überhaupt gesagt, ja, gut, wir müssen die Stetigkeit dieses Funktionales haben. Naja, was dahinter steckt, ist im Prinzip, also hier steckt noch ein bisschen mehr hinter, hier steckt hinter GFA Satz 5, 11. So, was war GFA Satz 5, 11? Kurzer Exkurs. Wenn wir zwei normierte Räume haben und wir haben, dass der Zielraum vollständig ist und wir haben einen Operatorenfolge Tn, die in L von xy liegen, also die linear stetig von x nach y ballern. Entschuldigung, die einfach nur linear sind, stetig ist ja die Folgung. So, und wir wissen c, das soll das Supremum sein, der Operatornorm, kleiner als unendlich, mit Tn konvergiert gegen T auf einer Menge in x punktweise. dann folgt, dass der Limes tx Limes n gegen unendlich, dass der für alle x aus x existiert und dass der resultierende Grenzoperator stetig linear von x nach y ist. ich eine Normabschätzung habe, Norm t kleiner gleich c, also kleiner gleich diesem Supremum und Konvergenz auf konvergiert gleichmäßig auf einem präkompakten Teilmengen. Das war so eine Vorform des Banach-Steinhaus. So, wie wirkt das Ding jetzt hier? Naja, ich habe hier einen Operator F-Lambda. Also, F-T-N, F-Lambda. Lambda ist zwar technisch gesehen jetzt ein Überabzählbarer, aber Lambda gegen unendlich können wir natürlich erreichen durch Lambda gleich Lambda N. Bzw. Lambda gleich N. So, das heißt, wir haben hier quasi x gleich L1 y gleich ja, worauf ballert der ab? jeden Fall irgendwie nach c und c ist unter der Norm vollständig. Das passt also im Banner-Raum. Mein T-N ist das schreibe ich jetzt mal hier in den Gänsefüßchen ist F-Lambda. Mein c ja, die F-Lambda haben wir gezeigt so beschränkt nach 1 das heißt, mit c ist auf jeden Fall mal 1 und ich habe mein T-N konvergiert gegen ein T auf einer Teilmenge von x Punktweise ja, das war gerade 1 da haben wir die Konvergenz von diesem Ding also A ist D-A-B ähm genau und was folgern wir jetzt draus? Naja, dass dieser Limes hier Punktweise existiert und dass dann eben entsprechend der Grenzoperator stetig ist und das ist quasi genau das was wir hier mit Satz 5 8 und den Dichteschluss machen so, was heißt jetzt, dass dieser Grenzoperator also das Linus entgegen unendlich T n x stetig ist naja, es ist dadurch beschränkt durch 1 und ich kann somit jedes f wenn ich so möchte durch so eine Folge von Testfunktion approximieren so, für diese Folge von Testapproximation verschwindet dieses Integral also verschwindet es auch was man damit halt entsprechend diese Behauptung rausbekommt also wieder so ein kleiner Rückschluss auf die Grundlagen der Funktionalanalyse dass wir halt da so ein bisschen die Verknüpfungen sehen gut das wäre das Lemma von Riemann Lebeck jetzt gucken wir uns noch ein paar Bemerkungen an ich das für die Folge auch das Skript wieder aufmachen hier also wir haben es oben gezeigt indem wir Testfunktionen benutzt haben es geht auch mit Treppenfunktionen das ist dann so ein bisschen näher an den klassischen algebraischen Induktionsbeweisen der Maßtheorie man zieht es auf Treppenfunktionen auf dann auf Grenzwerte von Treppenfunktionen also man kann hier statt Testfunktionen auch ganz normal Treppenfunktionen benutzen so dieser Satz 511 den ich hier gerade hingeschrieben habe der sagt jetzt also dass diese Konvergenz hier also dieses Limes Betrag Lambda gegen unendlich blub 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 oder generell dass das Integral dagegen 0 geht das gilt auch auf präkompakten Teilmengen von L1 AB so wenn wir uns jetzt mal daran erinnern unsere Fouillier Koeffizienten von L1 Funktion die waren ja gerade definiert als 1 durch 2 Pi weil das Integral von minus Pi bis Pi f von s e hoch minus i k s ds das k war eine ganze Zahl dann sagt uns jetzt also dieser Satz 7 1 spannendes Resultat die Fouillier Koeffizienten einer L1 Funktion müssen wenn das k im Betrag gegen unendlich geht gegen 0 gehen das heißt die Fouillier Koeffizienten sind eine Null Folge im Setting des obigen Lammers das heißt wenn wir eine L1 Funktion haben dann sind deren Fouillier Koeffizienten notwendigerweise eine Nullfolge egal ob das Ding konvergiert es ist gar nicht mal so unspannend und zwar gilt diese Konvergenz dann hier natürlich auch wieder gleichmäßig auf sehr kompakten Teilmengen von diesem Raum jetzt im Konkret L1 minus Pi bis Pi das zu den Fouillier Koeffizienten weil so ist dieser Operator oben ja gebaut insbesondere kriegen wir hiermit eine Abschätzung für Fouillier Koeffizienten nämlich dass diese Fouillier Koeffizienten einer Funktion f höchstens so groß sind wie 1 durch 2 Pi mal die L1 Norm von f auf minus Pi Pi das können wir jetzt relativ simpel einfach durch die Darstellung dieses Integrals hier oben haben 1 durch 2 Pi kommt hier raus Betrag rein da hat die L1 Norm von f stehen so das heißt wenn wir uns die Abbildung angucken die einer L1 Funktion ihre Fouillier Koeffizienten zuordnet die sogenannte lineare Fouillier Abbildung also f von L1 nach minus Pi bis Pi äh von L1 minus Pi bis Pi in den Raum der Null Folgen über z das können wir jetzt da hinschreiben weil wir wissen jetzt die Dinger sind notwendigerweise Null Folgen in dem Setting und was macht die die bildet eine Funktion f ab auf die Folge der Fouillier Koeffizienten diese Abbildung ist stetig das ist ohne weiteres ja gar nicht klar gewesen aber jetzt ist halt klar okay operator beschränkt in den in den Fouillier Koeffizienten durch die L1 Norm von f die wiederum endlich ist weil f L1 ist also haben wir hier einen beschränkten linearen Operator der muss stetig sein was wir später zeigen werden in 8.3 glaube ich ist diese Funktion hier ist injektiv aber die ist nicht so injektiv also wir treffen nicht alle Null Folgen das werden wir in 8.3 sehen gut damit sind wir glaube ich für diese Folge dann gut mit Wissen voll gepumpt wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin habt eine schöne Zeit bleibt gesund macht es gut und tschüss